herzlich willkommen wie ihr schon am titel erkennen könnt gibt es wieder mal 20.000 ep extra xp oder wie ihr die auch immer nennen wollt und zwar müsst ihr eigentlich nur ganz einfach hier bei catty corner landen genau zwischen tankstelle und beim eingang drüben beim gebäude ihr geht einmal rein rechts um den container dann wieder rechts unter der treppe hier habt ihr die zwerge hier hört ihr so ein komisches geräusch ihr habt einmal auf dem zwerg drauf und schon kriegt ihr 20.000 ep zusätzliche also ich habe in dem match erledigt weil ich es nicht wusste habe deshalb keine aufzeichnung gestartet gehabt auf jeden fall mehr funk bei mir funktioniert es heute und zwar am 23 9 theoretisch müsste es bei euch da auch funktionieren ich hoffe ich konnte ich helfen bis zum nächsten video